Hugo Ikitiki soll wohl vor einem Transfer zu Newcastle United stehen. So berichten zumindest die Medien übereinstimmend. Für 30 Millionen plus circa 5 Millionen an Bonuszahlungen soll der Deal über die Bühne gehen. Im Raum steht ein 5-Jahres-Vertrag. Das bedeutet erstens, dass Newcastle weitere Schritte im Großangriff auf die Premier League unternommen hat. Aber auch zweitens, dass die täglichen BVB-Gerüchte um die Stürmerposition ein weiteres Kapitel hinzufügen. Ikitiki fällt jetzt wohl weg, wenn nichts mehr dazwischen kommt. Kaleicic ist nicht nur beim BVB hoch im Kurs. Und ob man einen Allaire bekommen kann, ist auch nicht sicher gesagt. Folgerichtig hält man die Augen weiter offen. Neuster Kandidat ist laut französischer Medien Armin Guiri. Nehmt's mir bitte nicht übel, wenn ich den Namen nicht richtig ausgesprochen habe. Mit französischen Namen habe ich's manchmal nicht so ganz. Der 22-jährige Franzose, der noch bis 2024 an Nizza gebunden ist, soll wohl unter genauer Beobachtung stehen. Das heißt natürlich erstmal nichts Konkretes, aber es ist absolut verständlich und vielleicht auch notwendig, dass weitere Namen diskutiert werden. Mit seinen 1,80 Meter entspricht er nicht wirklich dem Typ Stürmer, den man derzeit sucht. Allerdings bringt er das gewisse Etwas, eine gute Schusstechnik und eine ordentliche Geschwindigkeit mit. Außerdem verfügt er aufgrund seines Alters über das berühmte Steigerungspotenzial. In 43 Pflichtspielen dieser Saison bringt er es auf 22 Scorer-Punkte, was eine ordentliche Quote in seinem Alter ist. Im Jahr davor waren es 24 in 41 Spielen. Eine gewisse Konstanz ist also auch schon da. Da allerdings sein Marktwert jetzt schon bei 42 Millionen Euro liegt, wäre ein Transfer alles andere als günstig. Wohlwollend kann man hier sagen, dass man hier mindestens mit 40 Millionen rechnen muss. Vielleicht sogar mit mehr in Richtung 50, weil immerhin gilt sein Vertrag ja noch zwei Jahre. Grundsätzlich denke ich, dass er ein interessanter Spieler sein kann, aber er ist halt vermutlich zu teuer. Aber wer weiß, vielleicht ist er es dem BVB ja wert. Ein Stück weit kommt es ja auch darauf an, wen der BVB noch alles verkauft kriegt. Denn je mehr Geld reinkommt, desto mehr kann auch wieder raus. Deswegen an der Stelle jetzt erstmal die Frage an euch. Was sind eure Gedanken zu Guiri? Denkt ihr, er könnte der richtige Spieler für Borussia Dortmund sein? Meiner persönlichen Meinung nach wäre er erst eine Alternative, die Sinn ergeben würde, wenn Kaleicic und Aller beide wirklich nicht zu haben sein sollten. Und ich meine, zumindest bei Kaleicic sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Aber man weiß ja nie, gerade im Fußball kann es schnell gehen, vor allem dann, wenn noch nichts fix ist. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich wirklich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und solltet ihr neu hier sein und es noch nicht getan haben, vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren, um in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. In dem Sinne, macht's besser und bis zum nächsten Mal.